Oh Gott, wieso schlage ich immer genau dann, wenn die auch schlagen? Es ist einfach so unfassbar. Vielleicht kann ich ja... Vielleicht aber auch nicht. Da kommt er doch schon, oder nicht? Oh, super. Absolut Knorke, echt. Komm, mach schneller hinkebein. Kommt er schon? Kommt der andere schon? Ebenso wenig. Oh doch. Irre, mach langsam, sonst stolperst du noch. Oh Gott. So, wie gesagt, der falsche Pfeil von mir. So Keule, jetzt tanzen wir wieder. Komm an den Start hier, ich hab nie ewig Zeit. Wo ist er hin? Lull. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Oh Gott, da steht ja einer. Ja, ja, ist richtig. Das ist richtig. Kein Ding. Backstab wäre das absolute. Ja, komm, komm, komm. Nein. Was macht der denn da? So, Junge. Irgendwie hängt er, glaube ich, in einem Programmierfehler oder sowas. Der macht irgendwie immer das gleich hin. Kann mir jetzt aber auch egal sein. Wenn das bei den anderen auch so ist, kann ich nur zufrieden sein. Peitschen-Typen sind ja nicht so das Problem. Habe ich zumindest so das Gefühl. Guck mal, wo steht da. Vielleicht kann ich mich so schnell da reindrücken. Nein, kann ich nicht. Zu spät, zu drücken. Lull. Alter, hab ich ein Schwein. Yes. Das aller Heilmittel gegen alles. Backstab. Backstab that bitch. Jetzt kommt, Lull. Schmeiß jetzt mal die Waffe quer durch den Jäger ein. Jetzt kommt hier. Mac Peitschen-Paul. Da lasst hab ich gar nichts drauf. So, merkst du was? Warm, Junge. Oh, das zieht ihm sogar auch was ab. Oh, du bist ja. So. Nummer drei schieß ich auch erstmal von da oben runter. Null. Schmeiß erstmal die Peitsche quer durch den Hain. Da oben steht er noch drauf oder nicht? Hui. Daneben. Krieg da noch so ein paar. Daneben. Oh, Junge. Los, komm. Backstab. Ja, und. Nein, das war kein Backstab. Let's know how to backstab. Ja, jetzt brauchst du's auch nicht mehr machen, ey. Jetzt hab ich nur noch Peitschen-Paul. Komm da runter. So, da hab ich erst mal hart gegen die Wand geschlagen. So. Also, meine Seelen hab ich. Glaub ich. Außer ich bin jetzt so ein Überpro und lande irgendwo da in solchen Löchern zwischen den Bohlen. Des Weiteren werde ich jetzt tryen auf der... Oh, ich hab ihn ja besiegt. Ich hab keine Item von ihm bekommen. Ist eigentlich nicht so schön. Edler Knochenstaub und Feuersamen. Was war denn nochmal der Knochenstaub? Das war doch irgendwas Cooles. Knochenstaub. Was sieht noch Knochenstaub aus? Verbrennen. Städtex. Okay, das war wirklich gut. Und das andere war? Feuersamen. Was sieht aus wie ein Feuersamen? Das. Nein. Ähm. Plus damit. Achso, wie Heildgift. Okay. Was ist denn Feuersamen? Feuerbombe. Hallo? Ernsthaft? Was ist Feuersamen? Ups. Was ich alles schon an einem Waffen-Abo, ohne dass ich's weiß? Was ist denn Feuersamen? Jetzt mal ernsthaft. Was ich schon an Schilden habe, ohne es zu wissen. Was ich schon an Regen habe, und alter, was ist hier los? Die beiden kennen wir ja schon auch. Ab dort zu in der Hülle. Ist auch schon egal. Stärkter Pickel auch egal. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Oh, okay. Ja, warte mal mal ernsthaft jetzt hier. Richtig geile Sachen. Ich kann's denken. Der macht Heiligen Schaden, glaube ich. Kann das sein? Oder irgendwie sowas? Magie. Ach nee, magischen Schaden. Okay. Woher habe ich diesen ganzen Scheiß? Zwillingskling? Goll. Altenritters, woher? Ich glaube, das ist alles. Krass. Knochenstab. Okay, ich weiß immer noch nicht, was jetzt das, was der Feuersamen ist. Was ist, was ist? Ich will jetzt auch nicht stundenlang mit euch hier rumsuchen. Das ist mega langweilig für euch. Hieß doch Feuersamen, oder nicht? Ach, weißt du was? Eines schönen Tages. Da werde ich den Scheiß wohl schon rausfinden. Eines schönen Tages. Lerne ich auch zu springen. Oh, das war knapp. Ey, was mache ich denn, wenn jetzt hier ein Bossfight ist? Oh, nein. Ernsthaft? Was? Ernsthaft? Was muss ich machen? Nee, auf den Bossfighter habe ich keinen Bock. Aha. Tü, tü, tü. Da mache ich, glaube ich, erst mal hier weiter. Lalalala. Aber eine Sache will ich gerade gucken. Und zwar, ob ich jetzt mit irgendeiner Waffe hier die Wunder machen kann. Zauber und Hexerei. Wunder und Hexerei. Wunder und Hexereien. Okay. Was ist das denn da unten alles? Attributs, bo... Achso, das sind die Boni. Okay, Attributs... Blitz? Finster ist einfach... Finster ist einfach... Finster... Attribute! Muss auch immer. Das ist ja der besser, ne? Obwohl, warte mal, was ist das denn hier? Tempo in den Zau gewirkt werden können. Also das ist der langsamer als der. Der Attrib... Was ist das? Ne, dann nehme ich den. Gegenkantel, okay, super. Kann ich den anderen denn? Hundertprozentig! Achso, da steht es ja. Zehn und achtzehn. Ja, klar. Ja, ist ja gut. Wie sind so meine Stats? Neun. Na gut. Okay. Wissen wir ja, was wir dann gleich noch machen. Dann würde ich sagen, dann machen wir ganz... Ganz standardmäßig einfach weiter. Wobei ich allerdings eigentlich gerne... Menschlich wäre. Aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit meine... Meine... Menschlichkeit nach Strich und Faden verbraten. Sondern wir wissen ja, wir werden ja auch menschlich, wenn wir... Helfen. Dadurch kriegen wir ja auch... Seelen. Und können dann aufsteigen. Aua. Steht auch einer rechts. Das ist übrigens links, wie ich meinte. Ich habe aber extra rechts gesagt, um euch zu verwirren. Ich gucke, ob ihr aufpasst. Und ja, ihr habt sehr gut aufgepasst. Fein gemacht. Stolz auf euch. Items. Das ist eine Item da. Warte mal, das... Müsste doch von hier aus zu erreichen sein. Schlup, 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 schlup. Warte, hier war doch irgendwo was. Die Fallung bestimmt ja irgendwie. Hier steht er ja. Oh, ich gehe die Augen. Los an. Söre. War hier noch ein dritter? Ein Pfeil- und Bogenschütze? Ja, war er. Abgang. Doch nicht. Ach, da unten liegt direkt unter mir. 100% gleich. Komme ich hin und sterbe jetzt. Lalalalalalalala. Ich wollte es gerade sagen, ey. Wie in Dark Souls 1 rutscht man einfach mal so... Boi! 10 Meter weg von der Kante. Kennen wir es ja in der Realität auch so. Stellt sich irgendwo so an eine Clip und auf einmal... Zack! Auf einmal, als wenn ich einer schubsen würde. Bis weg. Dreckiger Mist, ey. Na gut, es ist so weit jetzt mit den Seelen. Dennoch nervig. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Scheiß. So, komm her. Ui. So, schneid ich das Brot und das Brot. Was? 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 Was war das? 12.000? 14.000 Seelen? Puff! Mein erster, wirklich schwerwiegender Seelenverlust. In Dark Souls 2. Soweit ich mich erinnere. Ja. Es ist nicht so, dass ich von einem übermäßigen Gegner oder so erledigt wurde. Nein. Ich bin einfach nur eine rotterige Klippe runtergefallen, die ich nicht gesehen habe. Ja. So war's. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Herrlich. Ne, ich bin manchmal ja auch dieser scheiß Lizard. Ja, um dich kümmere ich mich auch noch. Oh nein. Das ist so unglaublich, wie ich mich hier anstelle. So unfassbar. Scheiß Klippe. Fuck, Mann. Ach, leck mich doch am Arsch. Echt mal. Ah. Für giftiges Moos bin ich jetzt hier oben hin. Hab 14.000 oder von mir aus 12.000, was auch immer was. Wie viele Seelen es auch immer waren. Dafür geopfert. Für giftiges Moos. Ja. Ja. Mehr muss ich wirklich nicht dazu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt ja gerne bei diesem Bossfahrt auch gerne Unterstützung. Bonfire. Hä? Aber hier bin ich doch jetzt woanders als eben, oder? Oh, er bleibt. Ach, du Scheiße. Komm jetzt her, du. Ey, vielleicht kann ich den ja mit Pfeil und Boden toten. Ja, schön. Oh, meine Herren. Das. Hallo. Hallo. Scheiße. Ja, das ist ja. Oh, sie ist sauer. Da ist er. Yes. Oh, ein Falkion, geil. Noch eins. Geil. Das Gute ist bei den Scheißbeschwörern, einmal tot, immer tot. Ein Glück. Jetzt komme ich hier zum... Ja, gut, das wüsste ich. Verbrennung auch nicht. Die Titanic-Scherbe auch nicht schlecht. Bonfire, auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt gerne. Kriege ich aber nicht. Wahrscheinlich nicht. Gut. Item, yay. Oh, hier sind wir. Flüssige Daten-Schild. Hundertprozentig. Ja, dann weiß ich jetzt, wo wir sind. Abkürzung. Kann man... Vielleicht... Unter Umständen als... Abkürzung durchgehen lassen. Aber eigentlich sind hier genauso viele Gegner drin wie auch. Toll. Ach, das Ding verflucht mich einfach mal so. Okay, verstehe. Geht kaputt. Toll. Schade, da ist nix drin. Wäre ja witzig gewesen, wenn da irgendwie so ein kleiner Gnome oder irgendwie so was drin wäre. Fußsoldatenschild. Das ist jetzt hier auch so die Überabkürzung. Das weiß ich auch nicht. Ich bin mir dessen... Alter, Vater. Nicht so sicher. Ach, ist das kacke. Los, ich werde jetzt zum Menschen und gucke, ob ich Hilfe kriege. Vielleicht habt ihr hier vorne irgendwo anders ein Symbol hingelegt. Wovon ich nicht ausgehe. Hey, mein Symbol. Gut. 18, ja gut. Nicht ablegen. Nutzen. Phantome. Ach so, jetzt werde ich gerufen. Auch in Ordnung. Welt allerbester. Ob geht das? Wo will er hin? Ach so. Wieso ist denn bei ihm das Ding hier schon kaputt? Verstehe ich nicht. Loll? 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 Hallo? Okay. Check ich nicht. Loll? Kriege ich denn Seelen? Ja, ich kriege auch keine Seelen. Wie geil ist das denn? Interessant. Find ich nicht. Mal toll. Ich schmeiß. 목fei. Ich fascinating. Ich weiß nicht. Ich muss Ceasa.